Industrieengel. Nahkampfwaffe. Ja, das bringt eigentlich fast nix, ne? Plus 4 Schaden. Oh, God. Na gut, aus dem kann man ein bisschen was machen hier. So, den Rest lassen wir mal. Ein Medikit können wir wieder herstellen, beziehungsweise ich kriege ja zwei, ne? Darum immer looten, looten, looten. So, wir nehmen jetzt den in die Hand. Der passt und das so. Und dann probieren wir mal dieses scheiß Messer aus. Ja, 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 ja. So. Wir müssen da. Ey, bitte. Wow, gleich 4. Später weiß ich das. Da kann ich schön Medipacks draus machen. So, oh, 5 sogar. Noch was. Oh, das hat sie rentiert. Super, super. So. Äh, da lang. Wir müssen diesen Fettsack da irgendwie kriegen, aber mit einem Messer, ey. Das ist jetzt, äh, ein super Versuch. Hopp. Muss da drüber, über die blöde Hütte hier. Na komm, Mann, geh rüber. Oh, da nach oben wahrscheinlich. Wie kommt man da nach oben? Na, hier entlang und dann hinten rüber wahrscheinlich. So. So, da. Hallo Specki, ich hab leider für euch keine Zeit. Aber ich würd gerne das Messer ausprobieren, aber nicht nur in 10 Zombies, um mal in ihm stehen. Das ist scheiße. Hier können wir das machen. So. Zack, 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 zack. Aber es ist eine scheiß Waffe. Da musst du so nahe rangehen, Leute. Das bringt mal gar nichts. Aber, ne enorme, boah, bei dem fetten, dann so nahe rangehen. Ich glaub, das ist keine gute Idee. Die werden mich alle verfolgen. Was will ich haben, ne? Und weg, 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 weg. Oh, gibt's hier irgendwas? Das ist so ein schöner Autofriedhof. Keine einzige Karre mit einem vernünftigen Kofferraum. Grüne vielleicht? Nö. So, da rechts rüber. Das ist auch eine Safe Zone. Ja, dann machen wir halt die, wenn ich schon mal da bin. Da hinten gibt's irgendwo Pilze. Aber ich scheiße jetzt auf die Pilze. Wir machen jetzt diese Safe Zone hier. So. Geil, Crane macht das. Wir müssen irgendwo nach oben. Äh. Mal hier. Ja. Geil, Crane kriegt's hin. Hopp. Hüpfen. Kali. Craney. Äh. Was können wir denn? Dann hüpfen wir da rüber. So. Das geht doch so. Boah. Boah. Fuck. Nicht gut. So. Ich wollte dahin, wo ich jetzt bin. Und dann darauf. Boah, ist das ey. Dreckig spannend. So. Ich mag diese. Diese Klettere ist schon. Was heißt, ich mag sie nicht? Ich mag sie sehr. Aber sie ist. Ah, nein. Ich fühle mich hier wie Konfuzius. Aber die Waffe ist so scheiße. Das kannst du überhaupt nicht brauchen. Ich muss nach oben hier. Ich muss nach oben. Oh. So. Das ist eine andere Waffe. Ey, das Messer ist so dreckig scheiße. Schauen wir mal da rüber. Vielleicht ist da ein Fan der Leine. So. Den Hammer. Hoffe ich zumindest. Da war noch einer, glaube ich. Den Scheißdruck haben wir da. Ey, das Messer ist kacke, Leute. So sieht's aus, Junge. Leg dich mit mir an. Und ich messer dich. So. Komm. Dieses Scheißmesser ist so ein Kack, Leute. Oh. Woh, 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 woh. Ab da. Ab. Das Messer ist wirklich eine Dreckswaffe. Da musst du viel zu nah ran. Das bringt überhaupt nichts. Messer nehme ich nicht mehr. Komm da rein. Nö. Jetzt kommen sie wieder alle an. Ich sehe sie schon hinten. Einer nach dem anderen kommt, geht's. Ja, aber die kommen ja immer alle auf einmal. Das ist das Problem. Ratte. So, dann holen wir uns wieder eine Ausdauer. Oh, den habe ich schon. Sehr schön. Oh, Alkohol. Jawohl. Macht hier Dirty Dancing. Ja, es ist jetzt nicht so schlecht, aber das Problem ist, super, wieder Alkohol, dass wir so nah ran müssen an die Pisser. Oh. Haben wir denn hier schon eins? Und ihr seht, die finden das manchmal nicht so lustig und dann kriegst du eine ordentliche mit. Also das Messer ist eher ungeeignet für mich als was für... Ist nicht so meins. So. Dann schalten wir mal den Strom ein hier. Und es wird auch schnell hin. Ja, der Sand, das hält ja gar nichts aus. Wo ist der Saft hier? Safe Zone. Ja, Mann. Gib mir die Points. Gib mir... Oh. Wendigkeitspunkt. Das ist aber schönes. Was haben wir denn hier? Parcours-Beherrschung. Sie können länger rein und schneller klettern. Äh, schnell und weniger in den Zugang zu neuen Fähigkeiten. Das ist super. Das ist super. Äh... Ja, mit der Alt-Taste. Wie oft drückt man das? Das ist richtig ungut. Kann aber auch nützlich sein. Das habe ich nie verwendet. Das hier ist super. Aber ich nehme mal das mit dem Parcours-Meister. Da. Denn... Das kann jetzt richtig gut gebrauchen. So, die Safe Zone haben wir. Ähm... Kommen wir hier runter? Ja. So, wo komme ich da hin? Darüber? Das passt. Die nächste Safe Zone ist hier. Dann machen wir die, die ist näher. Ja, sag mal! Das ist eine Verarsche. Habt ihr das gesehen, Leute? Das ist jetzt eine Verarsche. Gott sei Dank. Nur 300 Punkte verloren. Er hat sich rauf. Das war irgendein Scheiß-Bug. Er hat sich rauf aufs Seil. Und dann hat er sich fallen lassen. Was ist das für ein Scheiß, Mann? Ja, und jetzt bin ich wieder oben. Genau. Dass ich den Bug nochmal kriege, oder was? Ey, fick dich doch, ey. Also, das ist eine Scheiße. Drecks-Bug-Zeländige, ey. Kommen wir da runter? Ja. Das ist eine Frechheit, so ein Scheiß-Bug. Ja, ich will aber in die andere Richtung eigentlich. So ein Bug ist mies, Leute. Ja, jetzt funktioniert's. Blöder Bug. Dann wünsch mir Glück. Bin ich jetzt bei Reis, oder was? Oder wieso? Hat der mir das gesagt? Oh, ein Polizeihautor. Aber da ist nichts drin. Ich schau mal ein bisschen die Koffer ramme her. Da könnte was sein. Hier ist nirgends was. Ja, ist was. Das nehmen wir schnell. Oh, Alkohol, jawohl. Ja, Bugs. Kommen halt vor. Sind aber immer wieder ungut. Oh, da ist seine Leute. Da ist doch irgendwo ein Zombie. Kurz heilen. Dann gehen wir da rauf. Von oben geht's besser. Das ist eine Patrouille. Ah, gut, der Zombie ist da. Das ist das Problem. Ach, komm, du Mistviech. Ja, und dann gleich 100. Ey, so war das nicht geplant. So ne Scheiße. Oh, wisst ihr was? Hallo, wieso hört ihr nicht? Hey, ihr verfluchten Dreckszombies, man. Funktionieren die Böller nicht mehr oder was? So. Ich möchte den auch looten, wenn ich ihn schon erlegt habe. So. Jetzt habe ich nur diese blöde Lampe, aber egal. Dann schnell mal reparieren. Das ist schon anstrengend. Das ist schon anstrengend, Leute. Aber es macht Spaß. Es macht definitiv Spaß. Können wir das zumachen hier? Können wir das schließen? Ist das nicht? Ne, das ist nicht eine Safe Zone. Hat so ausgesehen. Das ist ein Dreckshaufen. Was ist das hier? Was ist denn das für ein Drecksloch? Mann, 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 Mann. Hier gibt's gar nichts. Da müssen wir lang. Ach, leckt mich am Socken. Blöden Zombies. Hier gibt's sicher was Schönes. Küchenkram. Hier nur irgendwas. Jo, ein bisschen was findet man schon ein bisschen hier. Ah. Schnur, Chemikalien. Und da ist Mull. Jawohl. Da kann man was damit anfangen. Könnte ruhig auch eine Safe Zone hier sein. Zumindest sieht es so aus, aber okay. So, wir werden übrigens bald diese Pistole abgeben. Und wir müssen... Warte mal. Da ist was. Was ist das? Chiai-Pakete! Das ist ganz in der Nähe. Ja, das gibt Punkte. Schnell, schnell, schnell hin. Bevor er isst sich. Das krallt die Sau. Der krallt ja gern Chiai-Pakete. Oh, weg, 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 weg. Nur schnell holen und dann weg. Wo ist denn das scheiß Chiai-Pakete? Das haben die schon gekrallt, die Schweine. Ja, die müssten aber nur da sein. War du grad jetzt? Hier irgendwo? Scheiße. Na ja, dann gehen wir zur Safe Zone. Bisschen das Wohnviertel hier kommt mir vor. Oh. Fuck. Hab mal keine Ruhe hier. Oh. 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 Mann. Ich wollte das lupen. Ich glaube, hier sollte ich nicht reingehen. Oh. Ihr nervt mich schon, ihr Mist-Zombies. Oh. Dann kommen wir auch nicht drauf. Oh. Mal da aufs Dach. So. Jetzt ist er mal in Ruhe hier. Da ist eine Safe Zone, die werden wir auch einnehmen. So. Mal kurz zur Übersicht. Ein Idiot. Da drüben ist die Tür. Gut. Dann kümmere ich mich schnell über den hier. Oh. Du Arsch. Wechser. Oh. Solche Wechser. Von hinten. Das sind doch einige. So. Gut. Wir müssen aber die Tür hier zumachen. Hilft nichts. Sonst haben wir einen Arsch offen. Dann sind wir da hinter mir. Ich sehe das. So nach oben. Da ist ganz kurz Ruhe. So. Jetzt kommen zumindest mal keine neuen mehr. Und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir hier. Nicht, dass so ein Kletterer kommt. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier klarkommen. Einen nach dem anderen am besten. Messer ist scheiße für sowas. Hat aber gekriegt. Haha. Was anderes könnte jene. Der lebt nur immer. Arschgeige. Hier ist nix. So schlecht ist das Messer nicht. Das hat einen extremen Attack Speed. Nur du grinst dich fast selber damit. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ach, geh weg. Ah, diese Mistfiecher. Ah. Arschgeige. So. Einen nach dem anderen ist die Devise, Leute. Weil sonst... ...wird das too much. Die folgen mir. Ich brauche die Deppen. Ah, wie kann er denn durch den Zaun? Ey, verfluchte Glitches. Ey, das ist verarsche. So, jetzt schalten wir mal die Safe Zone ein. Oh. Puh. Aber ich muss das nur cleanen hier. Es kostet mir einiges, aber okay. Gehen wir zu dem hier. Geh weg! Ach, diese Missgeburten. Ich hasse es, wenn sie auf einen so zustürmen. Ey, das kostet so viel Leben. Boah, diese Drecksmissgeburten. Ja, das Messer ist einfach scheiße, Leute. Da kann man sagen, das Messer ist dran schuld. Mit jeder anderen Waffe hätte ich schon dreimal geschafft. Das geht mal ehrlich gesagt an Pisse. Das ist das blöde Messer, ey. Mit diesem Dreckswaffe hier. Das ist so eine Schrottwaffe, ey. Das Messer ist der größte Müll im Spiel. Mit dem kannst du überhaupt nichts anfangen, ey. Ich hätte das echt schon dreimal geschafft, wenn ich andere Waffen habe. Schau dir das an. So geht das, ey. Nicht mit dem Messer da rum, ey, ey. Ja, beiß deine Mama, du Missgeburt. Ach Gott. Ey, ich habe hier schon fünf Erste-Hilfe-Dinger verbraucht, ey. Kommt man die jetzt auch noch rein, oder was, ne? Oh, endlich Ruhe. Missgeburten. Das Messer ist scheiße, wisst ihr was? Jetzt bin ich angefressen auf dieses Messer, auf dieses verfickte Messer. Das zerlege ich jetzt. Ich will es nicht mehr sehen. So eine Schrottwaffe, ey. Wegen diesem Mist bin ich fast draufgegangen, ey. So gelootet haben wir überall. Scheiß-Dregerländer. Wo mein Licht hier ist. Wie ist denn hier kein Licht? Okay. Dann nächste Safe Zone, die ist gleich da drüben. Das ist die, die wir nicht geschafft haben. Wenn der ein Pisser da war. Aber ist ja kein Problem. Hammer könnte man auch mal ausprobieren. Der macht jetzt aber nicht so viel Schaden. So, Safe Zone ist dahinter. Ah, ich dachte, da kriege ich was. Scheiße. So. Könnt mich mal. Ihr seid hässlich. So, da ist diese Safe Zone. Oh Gott. Da gehen wir jetzt rein und werden Ersche eintreten. Ich muss nur reinkommen. Das heißt. Hopp. Bin das letzte Mal für den Arsch drauf. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020